konnichiwa liebe youtube freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von nhl 19 mein name ist heizaki und wir haben unser erstes spiel schon erdauert die wir leider verloren haben spielerisch war ich eigentlich sehr super aber respekt hatte ich keinen ja da stand ja schon was mit, wie kann man das hier sehen ja keine ahnung da stand ja schon was mit d, minus d oder so keine ahnung zeitschrafen schläger, ach keine ahnung zu viel puck gefordert naja ice hockey und alles, justin voll kann die vier punkte von seinem tutel besser reichen, weil er sie heute eingefangen hat wieder ein team mehr, dass ich jason schon wieder interessiere es steht nichts über mich spieltraining wir haben keine stunden pfff Na joo dann müssen wir wir haben Fischkaltbauen und wir haben wie viele punkte 3 Natürlich! Natürlich! Und... Salutator! Leuchter Senkung des Verletzungs. Gut, schön, gewesen. Okay. 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 Okay, 73 auf 6. Okay, was haben wir noch? Abwehrgenie. Bullygenie. Bullygenie. Bully machen wir sowieso so, ich meine wir Außenspieler sind. Friesen. Moskeln. Hört sich gut an. Wildheit. Wildheit. Ermöglicht die Verbesserung von Body Ships. Ja. Skating. Sinn. Ermöglicht die Verbesserung von deiner Sinn-Attribut. Ja. Definitiv. Definitiv. Tuck wir auch schon. Und das ist decking. Decking ist Skrubbel. Verstehe. Okay. Das ist sowas richtig. So. Damit gehen wir in den nächsten, Das ist ein ... Match ... gegen ... Ott ... Ott-Ott? Sprint muss immer sein ... Das muss ein bisschen Flitzer sein ... Das ist das Spiel pro Wochenleister und die Übersicht zeigt die ... Wir haben 3000 ... Ist doch gut, oder? Ich weiß gar nicht ob's gut ist ... Kann man gut nehmen ... Let's go ... Spitzenweiter, so weil er ein Tor hat, ja ... So, Spiel starten ... Wir spielen gegen ... Ott-Ottara Ott-Ottara 67 So, warte mal Steuer ... Warte mal, warte mal ... Nein, das ist okay. Daddamm, man kann nicht das ganze Team spielen. Einstellung. P-Pro-Einstellung. Okay, wir spielen drei Viertel. P-Pro-Einstellung. Halb-Pro-Einstellung. Neuesten. So ziehe rein. Toilter-Modos. Ja, das ist so schön. Kontrolleinstellung. Hm, nee. You poisoned me just for another dollar in your pocket. Now I am the violence. I am the sickness. Won't accept your silence. Beg me for forgiveness. Will never get free. Lamp it. Ich bin mir nicht sicher. Wingen wingen. Ja. Ihr wisst bescheid. Na ja. Geht das gar nicht mehr. Also kann ich gar nicht hochladen, weil Musik in der Grund läuft. So, wir starten. Gegen. Odawa. Ich glaub ich mach jedes Spiel eine Folge. Jedes Spiel eine Folge doch. Das können wir auch glaub ich machen. Energy. Ja. 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 Auch. Ja. 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 Lukas Einmal gewonnen, alle verloren Guck Lukas, was besser Jetzt müssen wir das dreimal machen Guck check Sprint ist Achso, mit LR drückst du rein und sprintet der Glaub ich Gut zu wissen Guck Guck Wird das Das kenne ich auch noch seinen Namen 70 Sekunden nur Was ist los? Ich hab doch kaum gespürt 80 Sekunden Ich will mehr Spie Minuten haben Die Rangers haben es auf der Seite, auf der Mitte Schuss Schuss Der 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 Einen Der 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 Da So, wir versuchen jetzt in diesem Spiel nicht zu viel zu faulen, gestrafen zu bekommen. Eine wahre Risiko habe ich doch gerade so geschafft. Wir machen Druck. Sehr schön. Das Schauspiel. Der Schauspiel. Falama? Der Schauspiel. Jetzt! Aaaaah! C, C plus C, Teamplay 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 Guter rein, wechsel, wechsel wieder Okay, das muss ich noch lernen Unten links stehen ja meine Zeiten, wie lange ich noch drin bin Und das muss schneller gehen Okay, 0-0 Leute Nothing 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 One period played, a second period is about to begin What do you think of what we've seen so far Aushurschlag 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 Poke Okay He's got it He's got it Can start the attack going in the zone Boah 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 Aushurschlag Aushurschlag 30 seconds Aushurschlag Geh rüber, geh drüber Okay Boah 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 Safe Oh shit. What? Das war doch schnell genug oder? Brauche ich auch nicht, das war doch... Oh, das ist voll verwirrend, so einmal rechts, einmal links. Jawohl! Ich würde sagen, ich denke, das Spiel ist zu öffnen. Und da gibt es all kinds of chances all over the place. Aber beide Teams haben wirklich adoptiert eine never-given-inch style of play. Oh! 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 shit spunk laufen vergisst du es immer? wer sieht das cool? anna er 2 periodonten sind in de bokseher bokseher Sooo, was haben wir denn hier? Schießen müssen wir nach? Verteidigung ist gut, wenn man weiß, ist schon mal gut. Das muss ich schnell sehen können, wenn wir zurückgehen. Wenn wir in Angriff sind, dann guck, wir sind in Angriff und dann... Oh nein, Verteidigung. Oh nein, Verteidigung. Nicely into the zone. A shot and a save. Wrong play, good reach. Ottawa's starting back in their own end. No, no, no. Come on, look. Man, immer so spät. Kommt, das war doch gut, oder nicht? A shot. No time to react. Oh, nein. Tor-Roundry. All this place. Das ist ein guter Sion. Das ist ein guter Sion. Ottawa's continuing to probe up the wing. Das ist ein guter Sion. Ja, okay. Ja, okay. Raus mit dir. Was, wo bin ich auch raus? Das ist ein Power Play für uns zu. Ich hab ein Tor gemacht. Mach Mach und für Brown James. Okay mach dich. Mach sie kalt. So sieht's aus. Jawohl, jetzt zentral gesehen, jetzt auf den Pass gewartet und bäh. Ich muss doch bestimmt wieder rein. Er hat den Pass aus der rechten Winge und geht nach vorne. Von einer Schlatterinster. Blockert weg. Ottawa ist nach der Winge, in der Mitte. Er hat den Punkt, er hat ihn. Fiers, benutze den großen Ballstück gut. Schau, der oberer Traumstoff. Die Bank ist ja auf der anderen Seite. Scheiße. Ich copy das nicht. Ja, diese Teamplay ist immer so ne... Gut rein, wechsel, wechsel während der Breakout. Oder wenn wir nicht in der Affiliate... ...dass... Boah, das ist ja überschwer. Defensiv... ...wechsel wieder los. Okay, rechts ist das. Okay, rechts ist das. Jawohl. Assists haben wir noch gemacht. Tor und Assists. Das ist schonmal sehr gut für uns. Sehr gut. Das ist mein Tor. Das ist mein Tor. Schön. Unterseidebein. Zwischenseidebein. Nein, Thomas soll da schon schnell runtergehen. So, letzte Spiel beschlecht. Das ist mein Tor. Wir vergessen manchmal die Geschwindigkeit, die diese Leute spielen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ein Schlüssel in den Chancen zu kreieren. Jawohl. So macht man das. Zwei Assists. Sauberer Blame? Wie sauberer Blame? Schon gerade Pass gegeben? Was ist los? Zwei Assists gerade. Das ist ein Schmerz. Ja, so gut ist er. Das ist das, was ich nicht verabschiede. Das ist das, was wir in ein guter Position. Aber dieser Puck einfach nicht über die Kiste aus der Nette ist. Das Beobacht hat sie noch etwas zu überlegen. Werden sie auf einer größeren Liste. Auf der Nacht, in der Sie die Offense beherrscht. Das ist wie ein Tor. Das ist das, wie ein Tor ist ein Tor. 17. So, we're into the last minute. All is academic here. Pop comes out of the zone, back to center ice, and so things will settle a bit. The Rangers have it through the neutral zone. They've got it. Oh, gutter. Can make a play from the corner. Backhander to the net. Oh, miss. He banked it right ahead. I like that play. He had a little bit more of a risky option, but he went off the boards and bounced it safely to his partner. Fires. Save there. Goes for it. Big bad save. Can he clear? 12. Hmm. Feeds the point. Yeah, I just know. God, what a save. That's what I need to learn. Yes, we've got it out of the box. We've got it out of the box. I know what that's like, Doc being on the end of some bad games, some bad efforts. I'm not looking forward to practice tomorrow. So ends another game and another telecast. We hope you enjoy this. Thank you for watching. Ready old check. So, this was the first time we came. I'm not looking forward to come. Stand there gerade Jay. So, he passed from me, I believe. There, 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 there. And he's still there. And he's still there. And he's still there. aber immerhin besser als auch ich hatte letztes spiel d nicht so viele strafen gute disziplin ja das war ich weil ich so viel strafen hatte letztes spiel sehr gut sehr gut sehr gut und das jetzt warum? pro kontrolle serieus ende des spiels drei stars ich habe zwei sterne corner 2 tore 1 assist elf fallen drei sterne er hat uns gut gehalten neun paraden ein gegen tor es ist gt ein gegen tor ich weiß gar nicht ja durchschnitt ein gegen tor er hatte letztes spiel ein gegen tor gehabt und dieses spiel ein gegen tor trainer wertet mich B danke danke ich bin stolz auf mich selbst sehr schön schließt mal das spiel ab schließt mal das spiel ab schließt mal das spiel ab sehr schön sehr schön ja und hiermit enden wir wieder die folge und ja mit unserem ersten sieg auf jeden fall ne zwei punkte für uns ein sieg sind zwei punkte soweit ich gerade gesehen habe ja ja zwei punkte ok ja ich bedanke mich dass ihr reingeschaut habt äh 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 unter den video beschreibungen steht natürlich mein social media da mal durch klicken und schreiben liken kommentieren was auch immer lasst ein Däumchen ob oben oder unten so könnt ihr mir zeigen ob es euch gefallen hat oder nicht sonst lasst ein abo da und die glocke aktivieren nicht vergessen damit ihr mal benachrichtigt werdet und sonst bis zur nächsten folge mein Name ist Hezaki und bis 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 bis